So Leute und herzlich willkommen wieder zurück zu Command & Conquer Alarm Schufe Rot 3 Ja nochmal, ich würde das jetzt sagen, ich werde das auch noch bei den anderen Parts noch erwähnen Wie erst einmal, ich habe mir jetzt eine neue Maus bestellt Ja ich habe jetzt noch so eine Microsoft Optik Maus Und wie ihr ja schon bemerkt hattet, will ich ja natürlich für euch immer das Beste bieten Also ich will immer mehr bieten Jetzt so im PC Bereich will ich jetzt eine neue Maus Also ich habe mir jetzt eine neue Maus bei Amazon bestellt Den, ich werde irgendwann nochmal ein Video dazu machen oder so Wie die Maus heißt oder sonst was, keine Ahnung, wie werde ich da wohl noch machen Auf jeden Fall ist die Maus so geil Also wenn man rechts, links klickt, dann kommt kein Sound Also auch bei dem Mausrad kommt nicht dieses Oder das Also ich weiß, dass ihr das sowieso mitkriegt, weil anders geht das nicht mit dem Mikrofon Weil mit Headset, da würde man dann nicht so viel mitkriegen Weil mein Headset Let's Plays, also meine früheren Let's Plays, die waren nicht richtig laut, so der Geräusch von der Maus Weil eben halt Ja, die waren jetzt nicht so derbe intensiv wie jetzt ein Mikrofon Aber Was passiert jetzt gerade hier wieder? Ich mag die Mission überhaupt nicht, ehrlich Das ist an der Stelle wieder so ein Punkt, wo ich sagen könnte Nee, 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 nee Nein, ey Und die Mix sind doof Das nur zu Recht Ja, und das ist eigentlich ganz gut für die PC-Projekte, die ich so gesehen, ja noch so, so Spiele und so Und, ähm, naja, ich weiß auf jeden Fall, dass es bestimmt schon stören sollte, äh, schon stören tut Aber, äh, oh, der hat den voll modifiziert, die Dinger Ja, ey Ist doch viel sowas Hälte So, nochmal zurück, Rückzug, ne? Nein Ah, ich mich schon nicht merkt Naja, und dann wird ihr keine Klicks mehr mitkriegen hier Während ich hier mit Mikrofon meine Stimme aufnehme und so weiteres Weil sonst würde jetzt ja auch weitere keine Faktoren jetzt sein Die jetzt irgendwie blöd wären oder so Also, ich nehme das schon ein bisschen, äh, auf Also, ich gucke auch, was sind meine Videos Äh, denke so, hm, was könnte ich noch verbessern, dies und das Und, ähm, ich werde den nächsten Mal Erstmal so eine Maus holen, weil dann kriegt der nicht diese ganzen Klickgeräusche mit und so An der Tastatur braucht man ja nicht wirklich jetzt so, äh, rumklicken Das ist schon eine gute Tastatur Die ist ja auch von Microsoft Aber vielleicht werde ich irgendwann noch eine holen Die hat richtig so, richtig platte Tasten Weil der hier hat noch schon, schon so ein bisschen so Anhöhen, aber Ich weiß nicht, mit der, äh, der hier ist ja trotzdem glatt Also das ist keine, keine zu hoch, zu klein Sondern ist alles fast gleich Aber ich will bei so eine glatte haben So ähnlich wie, was auch bei, äh, Notebook gibt's oder sowas Alter, Mann Diese ganzen Mix, ne Die regen mich so auf Abtörner Ja, mach mal kaputt hier Nein 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 Nein, 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 nein Ach komm, ey Nicht dein Ernst Nein Ich dachte, das hält noch Oh, Mann Oh, ey Die Mission ist echt schäbig Ja Darauf hat er nur gewartet gehabt, der Sack Mann Oh Ich mag solche Zeitmissionen nicht Die sind total schäbig Ich bin bereit Oh, diese Mix, ne Eine Einheit wird angegriffen Wir sind weiter, genau sind Erwarte Befehle Kommen nach Hause Unser Verbindeter wird angegriffen Wir greifen an Ein eiserner Vorhang wurde zerstört Ich zerstöre die eisernen Vorhänge im Osten Einen nach dem anderen Ja Man, ey So ein Dreck Eine Einheit wird angegriffen Eine Einheit wird angegriffen Eine Einheit wird angegriffen Schnell weg Schnell weg Wird gebaut Wird gebaut Geben sie uns ein Ziel und wir sind unterwegs Erwarte Befehle Was Was wollen die eigentlich alle von uns Was wollen die eigentlich alle von uns, diese Mix Schnell weg Schnell weg Ich finde die voll schäbig Mann Finde ich nicht schäbig Nein Nein, Mann Oh, wie schäbig, ey Mann Diese Mission bockt nicht, ey, Leute Unterbrochen Abgebrochen Wird gebaut Abgebrochen Feindlicher Stützpunkt Die Warnlichter bringt Die Warnlichter bringt Die Warnlichter bringt Feuerbefehler teilt, Gentlemen Ey Dieser Bauhof wird angegriffen Bau abgestoßen Ich hab da voll verkackt, Mann Naja, gut Ich werde dann nochmal einen neuen Part machen Wo das dann besser ist Weil es tut mir leid, Leute Aber aufmiddeln schaffe ich das hier nicht Okay, sonst Bis zum nächsten Part Danke mal fürs Zuschauen Und haut rein, Leute Tschau